ich brauche aber auf jeden fall mehr zu essen das ist klar ich krieg kein fleisch drauf aber fehler kann ich calvin essen was danke für jeden fall bruder excuse me hallo ich komme in frieden ja anscheinend auch alles klar pass mal auf jetzt mal ein paar locks und drop die mal hier wir bauen uns mal hier so eine kleine base auf floor stamm auf dem boden dann im boden weiter rum und dann habt ihr einfach darauf okay wann kenne ich ja muss jetzt in ziffern wird was will der von mir wahrscheinlich eine wand dann ist schräge dann hat das hoch machen und dann obendrauf die halten ich lasse mal arbeiten ich muss ich muss immer kurz ich kann wenn ich das richtig verstehe also mehrere bürgen bauen und dann wenn ich halt die äußeren bürgen fertig habe kann ich von den mittleren die dinge wegnehmen oder was ich mache eigentlich halbe dinge kann ich jetzt kann ich mit der axt hier ran ich kann doch mit der axt jetzt daran gehen ja man okay guck mal hier ist einfach so eine kleine die falle halbieren und dann noch mal kleiner machen war gut ich drücke immer escape jetzt kann ich das reinschmeißen jammern wir bauen uns jetzt hier ein schönes feuerchen auf let's go was moment hello sir haben sie interesse an einem feuer an einer wärmenden stelle ich habe friedens zeichen gemacht die beiden internationales friedens sein dann der hat uns nur begrüßt das ist unser nachbar das ist ein das ist mein haus mein haus und mein feuer wollen sie sich zu uns setzen komische typen im wald aber sehr komisch er geht nur wieder arbeiten alles klar sag mal was wollen sie hier passen sie auch nicht ins feuer laufen ich wollte ihn ich wollte ihn nicht bergen ziehen sind sie die in der wittler von schöner wohnen wir sind aber keine ahnung wollen sie mein haus verbessern alles klar sie haben ein paar schöne praktiken drauf aber ich glaube das ist nicht so sehr mit der physik regelbar nur so als ganz doofe fragekollege du sollst da oben bleiben ach du bist nervig ich baue jetzt ja weiter ich wollte ja hier ich wollte ja hier ähm tap so dahin zack und achso ach Leute das reicht schon entschuldigen sie Sir kann ich ihnen irgendwie helfen ansonsten lassen sie uns bitte in ruhe Kevin komm mit reden die Kevin hast du kommuniziert weißt du was der redet ich kann mal sowas fragen ähm kann ich einen bogen machen ja ein crafted bogen das ist doch sehr schön so nice so tak tak Federn ran bisschen steiner drauf zack fertig so ok Kevin pass auf folgendes wir haben beide ja sehr Hunger und da läuft ein Typ dessen Fleisch weiß ich ist sehr lecker also wenn wir jetzt bald also wenn der bald mal das ist nicht wenn der bald mal wieder kommt ne wenn Kevin wir ändern den Plan wir nehmen nicht den komischen Mann wir nehmen die komische dreibeinige Frau hallo schöne Frau ähm habe sie Interesse an einem schönen Platz am Feuer da ist es sehr knusprig lecker hatten sie schon immer waren die Beine schon die ganze Zeit so hua Kevin oh lol ich meine der Hunger geht gerade noch ich lasse hier erstmal gehen ich gehe erstmal was trinken ok äh Kevin gerade kommen wir gute Nacht äh bis morgen das Ding ist wo ich brauche essen und nicht nur irgendwelche scheiße Beeren ich brauche irgendwas ordentliches zu fördern ich würde es so gerne ausprobieren aber ich kann es nicht ich habe jetzt einen Bogen damit sollte doch Nahrungssuche deutlich einfacher werden ach das sind hier äh Haustelle ok es gibt tatsächlich viele viele Items die man auch nehmen kann in der äh in der Open White wir machen jetzt hier sneaky und gehen auf Hasenjagd das ist kein Hasenjagd das ist kein Hasenjagd verdammt da ist ein Camp oh warte mal da geben wir erstmal fertig party ey warte mal auf sicheres Grund was geht denn hier jetzt ab Alter ähm du siehst nämlich gut aus aber ich nehme gerne deine Axt die moderne Axt ist zurück danke Kollege ich kann ihn mitnehmen ich kann ihn mitnehmen nein ich will ihn mitnehmen nein ich will ihn mitnehmen nein ich will ihn mitnehmen ich will Musiker Mami oh oh Leute es gibt jetzt in 3 neue Flavers Thermal Grape Bloody Banana und Chillin Cherry Blast off mit 5Z wie geil ist das Alter what the fuck wie geil ist das denn ja man was war noch Feindes ok ah Metz Metz die brauche ich gerade dringend die muss ich mir leider erstmal reinziehen ok MRE Pack ja kommt sie rein könnte ich wahrscheinlich warm machen aber ist mir gerade scheiße ich brauche Essen ja sind wir jetzt geht es los ja meine Damen und Herren jetzt kann die Party ich hier bin guck mal hier ist auch Rauch das ist hier kompletter Rave gerade kann ich schade nein nein ich habe die Boombox kaputt gemacht ey komm da lag irgendwo doch noch ein Chip den will ich zumindest haben ich wusste nicht dass das geht das ging mit dem Laptop nicht deswegen ach doch es geht oh nein jetzt habe ich keine Musik mehr oh das schlimmste in der Welt doofe Frage sollte man da drauf schießen ich muss das leider gleich ausprobieren ob ich damit irgendwas machen kann ich speichere gleich und dann schlage ich da rauf das wissen wir alle das ist die einzige die einzige logische Schuss Folgerung pass auf speichern wäre es schön wenn der noch rankommen würde aber egal ok hat noch niemand eine Hitbox für die Axt schade da voll in den Nacken so so willst du auch noch kommen geh mal da ran oh der ging doch besser als gedacht bam aller voll in die Presse ey komm her ich brauche meine Pfeile wieder der haut einfach ab der haut mir meinen Pfeil ab aber das gute ist ich habe hier zumindest wieder ein bisschen was zu futtern so dann weggeschnitzelt pfff alter das ist mein mein so wunderschön die Frage ist vor allem wie viele Beine kann ich tragen Arm mal knack hier so und dann nehmen wir mal den Kollegen hier mal mit zack zack der kommt auch noch mit rauf zack der schmeißt sie aber auch hin dann ne da kann ich ich meine bis jetzt hat das nicht geschadet deswegen so machen wir hier wie nicht mehr Arme ach ich habe noch einen Arm von vorher zack 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 oh mal kurz schon mal noch ein Beinchen und ein Ärmchen braten ich finde auch übrigens coole sehe ich es sicher hier nett das sind nicht nur Knochenknochen sondern hier als Textur sind das auch so hier Füße, Hände, Becken, Knochen dann kann ich die schon zur Rüstung so craften viel davon ein ducktail und ein Seil ach scheiße so aber das ist ready to eat nom 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 kann ich ja eigentlich auch mitnehmen die kochensachen da ach tatsächlich sehr schön ok der Adler hat ein Eichhölchen mitgenommen what the fuck kriegt der hier noch irgendwo der dicke Adler wo gehst du denn her die siehst du aber auch null also bisher wenn ich die nicht angreifen kann der Greife sind die noch recht friedlich muss ich sagen der Greife ja ja die sind friedlich am Arsch die sind friedlich ja ja die sind friedlich my ass Alter kommt der auf einmal an hier oh hier äh nimm mit du ja da war man ok ihr ihr hinterlistigen Schweine ihr hinterlistigen Schweine ne ne die die kommen einfach von hinten an ich glaub das hackt wollte ich nicht eigentlich mal hier Fleisch farben ja hab ich ich hab ein paar Arme und Beine da ist er da sind die Rehe Bogen oh da ist er ich hab ja Angst ach shiitake ha du kleine Mistmale die hörst du auch nicht der kommt nochmal von hinten und macht mich weg oh Gott hab ich jetzt hier äh das ist das ist also das Responding oh Gott hallo hey Freunde ähm ich kann mich hier die haben Golfcard ähm ich weiß nicht sollte ich mich jetzt schon hier freimachen am 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 ihr seid nicht sehr musikalisch Leute das kann ich auch waaaaaah waaaaaaaah